Hallo Freunde! Die Kamera ist sehr schlecht. Willkommen zu einem neuen Video von ZumnaTV. Peace! So, peace, 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 peace. Heute sage ich 10. Kann ich gar nicht, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich die andere... 10. Geheimnisse über mir, die ihr noch nicht wisst. Fange ich mal direkt an. Pssst. Und zwar, mein erster Geheimnis fange ich mal an. Ich liebe Gings. Ich trage hier eines von dem Spiegel. Ich liebe Leggings. Wee! Wee! Ich liebe sie einfach. Mein zweiter Geheimnis ist... Ich... 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 Ich liebe bauchfreie T-Shirts. Woo! Mein dritter Geheimnis ist, wie man sieht, ich muss mit meinem großen Bruder ein Zimmer teilen. Sein Bett. Und mein Bett. Das fünfte Geheimnis ist... Mein fünfmal... Unser Zimmer ist sehr oft sehr unordentlich. Ist zwar jetzt noch der aufgeräumte Stelle. Das ist noch hier, weil... No, my God, das ist da nicht hin, weil... Ähm... Wir renovieren ja gerade. Und deswegen hatten wir keinen Platz. Andere, dann müssen wir uns hier reinstellen. Neue Türen. Unser Schrank. Peace! Und was ich... Nein, jetzt kommen wir direkt zum fünften. Das ist für mich sehr peinlich. Wartet ganz kurz. Ich hol's. Psss. Psss. Okay. Wartet, wartet. Wow! Ich schlafe mit einem Kuscheltier noch. Ein süßen, für mich einen süßen Elefant. Den habe ich seit meiner Geburt. Ich liebe ihn. Aber nicht mehr als euch. Oh, das ist Handy. Nein! Übrigens, das ist nicht mein Handy. Das ist mein Handy. Was geht da draußen ab? Für den Herun? Das ist mein Handy. Ist das ein Samsung 6, ja? 7, 4. Ähm, was ist hier noch? Ist mein... Sag ich mal mein... Sechsten? Egal, ich glaub, wer mein sechsten Geheimnis ist. Ähm... Ich zock auf uns zu GTA. Also, das ist jetzt nicht mein Zocke-Ecke. Aber, also, das ist ja eher mein Bruder. PS4. Mein Bruder und mein Papa spielen. Ich weiß, ja. Und aber ich spiele ab und zu GTA. Ich mach das einfach. Aber ich bin jetzt nicht so ein Typ, der da Leute abschiedt oder sowas. Aber ab und zu über falle ich einfach Leute. Also, wir haben... Mein... Mein... Mein Ding-Geheimnis... Was ist denn mein Geheimnis? Mein... Jetzt sag ich mal mein siebten Geheimnis. Nein, mein achten Geheimnis. Ich hab schon mal eine Woche lang nicht geduscht. Und eine Woche lang mal nicht Zähne geputzt. Und mein neunter Geheimnis ist... Okay, das glaub ich jetzt nicht so... Ding so... Was soll ich jetzt sagen? Das ist jetzt nicht so... Aber ich hab einen schwarzen Kamm. Okay, das glaub ich jetzt nicht so ein Geheimnis. Aber ich hab einen schwarzen Kamm. Das wisst ihr da draußen noch nicht. Was geht da ab? Alter, komm ich schau mal ganz kurz, Leute. Übrigens, da ist es hier schon fast dunkel hier. Oh, so ein schlechtes Wetter. Jetzt draußen geht irgendwie was ab. Ja. A boys wanna play with boys, wanna boys wanna play with girls. Meine alten Schuhen. Das Bild hab ich hier neu. Okay, jetzt nicht neu, aber alt ist jetzt auch nicht so. Hier. Und ja. Was ist mein neunter Geheimnis? Ist den... Okay, das ist jetzt hat man was mit meinem Bruder zu tun. Ihr kennt doch bestimmt Mohammed Ali. Guck mal. Mein Bruder liebt Mohammed Ali. Die lange sieht aus wie Mohammed Ali. La 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 la. Ja, da steht wie in dem Fohlhadi. Fohlhadi, so eine Lüge. Ja. Okay, ich bin's nochmal, ich bin grad ausgerastet. Äh, mein zehnte Geheimnis ist... Mein zehnte Geheimnis... Mein zehnte Geheimnis... Mein zehnte Geheimnis... Mein zehnte Geheimnis... Ich hab schon mal meine Mutter angelogen. so eine lüge ich hab schon mal meine mutanloh ich habe euch das video gefallen wenn ihr noch mehr sachen über mich okay wo halte ich da hin wenn ihr noch mehr sachen über mich erfahren wollt dann lassen wir mal und bis jetzt war ich noch kein gleichzeit bin neu und ich habe einfach noch nicht so viel leistet deswegen mache ich mal aufrufe wenn dieses video über 50 aufrufe bekommt mache ich noch mehr geheimnis über mich noch mehr aber nur wenn es über 50 aufrufe bekommen und vielleicht hätte ich auch mal ein video machen wo ich vielleicht bis in gta zock wo ich meine war wie spiel musik tanze jetzt mein hobby ist tanze und sing und natürlich youtuber sein und oder noch was anderes mache ich kann auch mal dann auch mal vielleicht wenn ich mit meiner freundin in der stadt bin oder was auch mal auf nie paar sachen zeigen was mal der unterschied von von wo ihr wohnt und hier halt der unterschied ist und ja und ich habe heute das video gefallen und wenn sonst lasst einfach ein paar aufrufe und daumen hoch da das daumen hoch da er kann auch noch mit zum da ausspricht ich hoffe euch das video gefallen bis zum nächsten mal und peace tschüss tschüss